Moin Moin und ein recht herzliches Willkommen recht herzliches Willkommen ich glaube ich muss einfach mal andere Grüße für euch überlegen ja willkommen zum weiteren Dienst auf der bei der RSG heute allerdings durch Zufall Städtetrajekt von Botanischen Garten zum Hauptbahnhof also quasi die Tour schon von A nach B gefahren jetzt fahren wir quasi die Linie von B nach A und schon wieder ein Punkt am Meilenstein wie ich finde und ja wir schauen einfach mal was uns dagegen kommt jetzt soll uns 7.49 Uhr abfahren das heißt wir fahren zwar vor spulen vor und dann schaue ich mal was uns da heute erwartet auf jeden Fall freue ich mich schon drauf ich hoffe ihr freut dich auf drauf so dann wollen wir mal den Berggang gleich wieder warum der Bus nicht vorgeheizt ist aber was soll ich machen es ist halt so kann man nichts anderes machen naja egal so ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal eine schöne Stadt in der Freitag ich hoffe ich ähm hat äh die letzten Videos auf jeden Fall gefallen Leibnizstraße wie wärs mit Botanischer Garten du Vollhorst Mann 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 da denkste von wegen Leibnizstraße so machen wir mal einen schönen Screenshot ich hab euch versprochen dass ich da ein bisschen ein paar neue Fotos machen will ähm 5.00 ja sprühen wir mal vor kommt noch jemand nein kommt nicht so da klingelt es auch schon da wollen wir mal ein bisschen abfahren 47 Minuten jetzt das wird aber für 7 EP ganz schön lang dafür dass ihr euch noch ETS aufnehmen wollt äh das passt ja das passt ja ja Freitag Wochenende das heißt auch hier wieder Regelverkehr wir müssen leider schon ähm Leibnizstraße wir müssen leider schon auch bei der ESG viel für den Versteigerverkehr im Rhein-Main oder Rhein-Neckar-Gebiet fahren aushilfsweise weil ähm die Bahn hat ja Streiks angekündigt ja tut mir leid was soll ich machen Hallo Gott das sitzt immer noch so richtig her Air Condition Air Condition a da a da soll ich einen Film holen oh man haha naja oh wir haben schon grün das ist schön das ist schön dass wir auch Stelledreiecke jetzt endlich mal bei der RSG haben also da könnt ihr jetzt auch mitfahren und mal gucken wie es am Sonntag ist ja weil da habe ich eine kleine Überraschung habe ich eine kleine Überraschung aber dafür muss ich muss auch mein Moderator anwesend sein sonst würde das nicht funktionieren guten Morgen aber ich weiß nicht warum das gerade hier anfängt zu ruckeln wie es so ein Gestörte muss man gerade mal sagen naja Universität die Uni die Uni die Uni das verkrielle ich mir gerade überhaupt gerne so Anforderung kommt ökonomisch aber an Abfahrt so ja wir fahren noch ein bisschen Geld ein oder ich fahre noch ein bisschen Geld ein für den Setra den wir uns holen wollen wie ihr gestern gehört gehört im Stream habt ich Adjustin bisschen shoppen und gucken was dann so alles kommt na was ist Schluss bei euch ihr wollt nicht ok ihr wollt wirklich nicht ich nehme euch auch nicht mit ich nehme euch auch nicht mit ich mache mir jetzt keine Angst heute Morgen ich bin froh dass es mir wenigstens mal eine Tour gibt für die Rückrück-Tour Paul-Gurgan-Halle hoppela fehlen da schon wieder Texturen oh ja man könnte mal Auxi holen Auxi 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 wenn wir Glück haben kann man schnelles Wetter aktualisieren mach ich eigentlich ungern so die Karte können wir runter nehmen passt das ich muss geradeaus nicht rechts aber schön dass man auch um mich denkt guckt mal vorne da steht auch Reisebüro wo die Uhr ist ne Eis Eisebüro Büro Eise nicht die Biene zieht ihre Eise im Büro der großen Piep naja eventuell haben wir die Möglichkeit oder die letzte Möglichkeit am Sonntag wenn es mir es gut geht fahren wir dann nochmal einen kleinen Omsi 2 Stream da will auch keiner mit ok schauen einfach mal Mittelweg Mittelweg zum Mittelsteg und hol mal das Steg dann wird ich weggeweht moin hallo ah warte mal die ja musst fahren darum muss ich fahren na dann ey Freunde aber der Stream von gestern hat mir vom 7. Dezember falls du dich noch dran erinnern hat mir gestern sehr gut gefallen also wie gesagt eine richtig schöne Sache auch mit dem LS ist also das so viel Interesse zeigen ich merke es ja immer wieder in meinen Aufrufe der Videos klar manchmal sind es ja gerade die besten Themen die ich da dran anspreche aber hey was soll ich machen ich sage immer Omsi 2 und ETS sind so meine Versuchsobjekte wie ich das Video Tonqualität Bildqualität auch hier im Fall besser ähm ähm äh benutzen kann vor allem gerade mit dem äh Trigger ER5 und ich weiß dass er das rumgezappelt da manchmal nicht gerade so die feine feine englische Art ist jetzt versuche ich auch gerade mal mit den Videos dabei die äh Kamera wieder mit einzuschalten also wir haben jetzt ja 7 Uhr noch was und ähm ja 7.46 10 Minuten 10 Minuten unterschied auch morgen und ähm hallo deswegen sieht bei mir im Hintergrund ein bisschen anders aus mit einer LED Sparlampe uh statt wie mein Keylight musst du dir mal vorstellen ich schaue halt ab und zu gerne in der Gegend halt rum ne so was wird das denn hier ey du blinksch links und fährst schrägst was bist du denn für ein chaot ey alter schäm dich ey Klavitzer Platz oh jetzt ist es meiner aah man 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 also ehrlich da fragst du dich echt manchmal was da abgeht ey ja keiner will aussteigen ist ja auch mal sehr faszinierend hallo und wieder schönes Bild naja ja die Leitstellenfahrt ist ja auch noch so ein Thema ne ist ja auch noch mal ein Plan aber ich würde mal sagen dass wir das nächste nicht diese Woche machen aber nächste Woche Samstag oder Sonntag weil es mehr wird wenn es mehr Samstag ist Schützenstraße Schützenstraße mhm will keiner mit aussteigen will auch keiner da aber endlich wollte schon sagen wollte nur alle mit uns die pro fahren oder was weil es da dann eine Weihnachtsfeier gibt oder was Glühweinbockwürsch und Brötchen Kreuzing Bahnhof Umstieg zu weiteren Buslinien der OGIS sowie zur S-Bahn Schützenstraße Ich glaube ich habe da was vergessen Ich glaube ich habe da was vergessen Aber das ist doch Einbahnstraße Digga Aber das ist doch Einbahnstraße Digga Na gut wenn er will dass ich hier reinfahre dann machen wir das Ja Habt aber Glück ey Du kannst ja mal hinschreiben Ja Wie ich da rum kommen soll Ach das ist da eine Einbahnstraße für dich Okay Klar Macht Sinn Das macht Sinn Wir müssen noch warten Vielleicht für eine Solo-Linie besser bekannter Naja Noch ein kleines Käffchen mal trinken Kalter geiler Kaffee Kalter geiler Kaffee Hallo Hofwerkstrasse Hofwerkstrasse So Hallo Moin Moin Zu langsam Na Na Auch schön 30er vorbei Ich frage mich nur, warum wir hier keinen Schnee haben Obwohl es eingestellt war Auch ein schöner Teil Ja, schöner Teil der Karte, muss ich sagen Gefällt mir richtig gut So, einmal groß ausholen, rollen lassen Und sagen, wer der Chef auf der Straße ist Du bist das nicht Ja, danke schön, ich weiß Schön 70 Ich habe nur wieder keine Lust Dadurch, dass ich so viel Oh, Polizia Da ist ich geblitzert, wie gestern Im Video Aber auch, ja Ein schöner Teil Hat mir sehr gefallen Schöner Abschnitt Wow Habe ich gerade da hinten irgendwas gehört Wie dicker, fetter Busfahrer Ich bin nicht dick Das ist nur Form Mann, Mann, Mann Ich kitzel die ganze Zeit was an der Nase Und ich weiß nicht, was es ist, ey Mann Moin So Also gut, Freunde Dann machen wir daraus einen Zweiteiler Äh, mein Wichser Wir haben schon wieder 20 Minuten auf der Uhr Und dann sage ich doch einfach mal Danke fürs Zusehen Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge Wenn es heißt, beim Barthalo Und bis dahin Habt auch einen schönen Freitag Ciao, ciao